Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klembausteinbaus. Die Lego Minecraft Reihe war in letzter Zeit ja wirklich eine der besseren Reihen von Lego. Und auf diesem Kanal konzentrieren wir uns ja vor allem auf die kleineren Sets, die eben für jedermann sind. Deshalb habe ich heute für euch die Lego Minecraft 21177 mitgebracht, The Creeper Ambrush oder auch zu gut Deutsch der Hinterhalt des Creepers. Dabei haben wir eben so eine kleine Landschaft, die Steve Minifigur, ein Schweinchen Einhuhn und diesen roten Creeper, der eben dafür steht, dass er gerade explodiert mit einer kleinen Spielfunktion. Das Ganze hat eine UVP von 10 Euro, man bekommt es aber eigentlich überall mit einem Rabatt und dementsprechend bezahlt man nur um die 7 bis 7,50 Euro. Auf Amazon war es zuletzt für 7 Euro, da habe ich zugeschlagen und deshalb schauen wir uns das heute doch gern zusammen an. Das Set hat die offizielle Minecraft Lizenz von Mojang, da brauchen wir glaube ich nicht groß drüber reden. Das ist keine Raubkopie oder ähnliches. Auf so einer kleinen Verpackung gibt es jetzt auch nicht so viel super Spannendes zu sehen. Dementsprechend mache ich das Ganze jetzt mal auf und wir schauen uns zusammen die Teile, Tüten und die Anleitung an. Die Box ist sehr klein und dementsprechend auch sehr gut gefüllt. Das finde ich schön an diesen Mitnahmesets, da wird man nicht hinters Licht geführt. Wir haben hier die Teile, Tüten, über die Qualität reden wir wie immer, wenn es soweit ist. Es ist natürlich keine massiv große Steinanzahl, aber das erwartet man in so einem kleinen Set auch nicht. Und wir haben die Anleitung, die hat noch ein eigenes Design und ist nicht in diesem weißen Standarddesign. Das Set ist übrigens von 2022, aber aktuell noch auf dem Markt und noch nicht EOL gegangen. Das Ganze ist in so einer kleinen Broschierenform sehr handlich. Die Qualität des Papiers reicht völlig aus für so ein kleines Set. Es wird alles in Vollfarbe dargestellt und nichts ausgegraut, wie wir das von Lego kennen. Und insgesamt haben wir 13 Bauschritte verteilt auf 27 Seiten. Hier ist nochmal die Spielfunktion gezeigt. Wir sehen die Figuren noch einmal. Und hier haben wir auch die Teileliste. Wen das Ganze interessiert, der kann sich das Video gerne an der Stelle mal kurz anhalten. Ich freue mich auf jeden Fall auf das kleine niedliche Set. Fange jetzt schon mal an zu bauen und wir sehen uns gleich mit dem fertigen Set wieder. Einen Zwischenbauschritt wird es hier nicht unbedingt brauchen. Und dann reden wir wie immer darüber, ob ich euch das Ganze empfehlen kann oder nicht. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß bei dieser Review. Und damit ist auch schon der Hinterhalt des Creepers fertig. Ich nehme mal kurz die Figuren ab und wir schauen die uns einzeln an. Dann schauen wir uns nochmal die Landschaft an und die eine Funktion, die wir in dem Set haben. Ich nehme es aber schon mal vorweg, es ist ein wirklich super Set für die Preiskategorie 10 Euro. Beziehungsweise im Angebot ja sogar um die 7 Euro. Als erstes Tier im Set haben wir so ein kleines Hähnchen. 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 Als erste Figuren im Set haben wir so ein kleines Huhn. Das ist auch vorn bei den Augen und unten beprintet. Es ist ein eigener Mold für Minecraft. Und das ist wirklich gut und gefällt mir. Dann haben wir nochmal dieses Schwein. Das wird ziemlich einfach gebaut, hat aber auch einen Print im Gesicht. Es ist natürlich sehr einfach gehalten, aber so passt es auch in die Minecraft Welt. Auch das finde ich wirklich süß. Dann haben wir noch die Steve-Figur. Das ist dieselbe Figur, wie wir sie auch schon aus den ganzen anderen Sets kennen. Das Gesicht ist natürlich wieder beprintet. Aber ansonsten, der Rücken und der Hinterkopf ist leider nicht beprintet. Er ist ausgerüstet mit so einem schönen Schwert und mit einem Fernglas. Wie gesagt, die Standard-Steve-Figur. Aber schön, dass die eben auch in so einem günstigen Set drin ist. Und dann haben wir noch den für dieses Set exklusive explodierenden Creeper. Eben ein Creeper in Rot. Auch hier, das Gesicht ist beprintet. Die zwei Fliesen hier sind beprintet. Die Beine der Figur sind wie beim normalen Creeper leider auch nicht beweglich. Ich finde die Figur gut, um einen explodierenden Creeper darzustellen. Obwohl er natürlich im wirklichen Minecraft-Spiel nicht rot ist, wenn er explodiert. Er ist ja dann eher so weißlich. Aber das hätte man als Figur sehr schwer machen können. Ich finde, das ist ein schöner Kompromiss. Und wie gesagt, in diesem Set eine exklusive Figur. Und dann haben wir, wie gesagt, noch die Landschaft. Hier vorne so ein Blümchen, eine Werkbank. Und die Werkbank hat auch wieder nur Prints, keine Sticker. Dann hier die ganzen Grasblöcke. Von hier sehen wir schon eine Spielfunktion. Die schauen wir uns gleich noch an. Dann ein Erzblock. Und ein Sandstrand mit Zuckerrohr. Ich finde, das ist für diese Preiskategorie wirklich eine sehr gelungene Landschaft. Die Steinequalität ist vom Baugefühl, wie wir das von Lego kennen, wirklich hervorragend. Vom Aussehen ist es in Ordnung. Aber die Angusspunkte sind doch sehr, sehr stark bei den Teilen. Das sieht man bei den Plates und besonders bei den Köpfen der Figuren, wo wir einen sehr offensichtlichen Angusspunkt haben. Das ist jetzt noch nicht allzu schlimm. Aber wir haben das von Lego eben auch schon sehr viel besser gesehen. Und dann haben wir natürlich noch das Spielfeature. Und zwar haben wir hier so eine Kippfunktion. Realisiert wird das Ganze über zwei Pins. Und damit drücken wir das Teil hier oben ab. Und können so spielen, dass der Creeper eben explodiert. Und dadurch auch die Landschaft beschädigt wird. Jetzt kann man das natürlich so spielen, dass der Steve gerade hier aus dem Wasser steigt. Und dann von dem Creeper überrascht wird. Oder dass er an der Werkbank ist oder ähnliches. Kann mit dem Steve zum Beispiel ausweichen und den Creeper explodieren lassen. Ist natürlich keine weltbewegende Spielfunktion. Aber trotzdem eine schöne Spielfunktion. Und gerade für Kinder, deren Fantasie ja kaum Grenzen hat, ist dieses Set mit dieser Spielfunktion wirklich klasse. Ein paar Ersatzteile haben wir noch dazu. Den üblichen Lego Kleinkram. Und das ist alles, was ihr hier für das Geld bekommt. Wenn wir jetzt aber mal überlegen, dass wir dieses Set mit Angeboten für 7 Euro bekommen und die UVP 10 Euro sind. Und dafür kriegen wir ein bedrucktes Hühnchen, ein bedrucktes Schwein, eine bedruckte Werkbank, sogar mit mehreren Drucken. Wir bekommen eine exklusive Figur und dazu noch einen normalen, gut ausgerüsteten Steve. Mit einem Spielfeature und einer schönen Landschaft, die Minecraft auch gut symbolisiert. Dass wir eben hier ein Mesa-Biome haben und daran direkt ein Strand ist. Das ist eine richtig gute Minecraft-Optik und gefällt mir sehr. Und das ist ja wohl wirklich ein klasse Deal, wenn wir uns anschauen, wie geizig Lego bei so manchen Reihen mit Prinz ist. Also ich kann euch das Set auf jeden Fall weiterempfehlen. Damit kann man viel Spaß haben für den kleinen Geldbeutel. Ist auch mal ein schönes Mitbringsel und vor allen Dingen ein Set, was sich die meisten leisten können. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, dann schreibt gerne mal eure Meinung und eure Erfahrungen dazu in die Kommentare. Würden mich wie immer sehr interessieren. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick. Ich wünsche euch noch einen Daumen nach oben und ein Daumen nach oben.